Manche Veränderungen schaffen Platz für neue Dinge. Denke daran, dass die Gegenwart alles ist, was du hast. Mache das jetzt zum Mittelpunkt deines Lebens. Dienstleistung kommt von dienen, hat aber nichts mit Knechtschaft zu tun. Wer etwas will, der findet Lösungen. Wer etwas nicht will, der findet Gründe. Der erfolgreiche Mensch sitzt im Zug des Lebens und steht nicht seit seines Lebens nur an der Haltestelle. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Der Verstand irrt, das Gefühl nie. Wer in den Fußstapfen eines anderen wandelt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Wenn du nichts veränderst, wird sich auch nichts verändern. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Dein Schicksal hängt nicht von den Sternen ab, sondern von deinem Handeln. Filmproduktion Rhein-Main Filmproduktion Rhein-Main Filmproduktion Rhein-Main Untertitelung des ZDF, 2020